Durch die Zusammenarbeit mit der ANM haben wir innerhalb von zwei Wochen über 15 qualifizierte Bewerbungen erhalten zu unseren Stellenausschreibungen, von denen drei letztendlich eingestellt worden sind. Ich bin Martin Lassen, der Geschäftsführer der Axol GmbH, mit Sitz in Husum an der Nordsee. Die Axol GmbH wurde 2003 gegründet. Wir sind ein Hersteller von Solarabsorberanlagen, umgangssprachlich auch Solarthermianlagen zur Wassererwärmung in Pools und Freibädern. Seit 2020 haben wir unser Sortiment um Pools und Wirrpools erweitert. Unsere größte Herausforderung ist, den Bekanntheitsgrad regional zu steigern. Wir haben mit unseren Solaranlagen hauptsächlich Kunden, die in Süddeutschland oder Österreich und Schweiz sitzen. Regional hier oben in Norddeutschland haben wir bedingt durch die Nord- und Ostsee verhältnismäßig wenige Pools und somit wird auch unser Produkt zur Poolerwärmung deutlich weniger benötigt. Probleme, die bei unseren Herausforderungen entstanden sind, sind zum einen die großen Streuverluste bei unseren Marketingkampagnen, da die Werbung von sehr vielen Menschen gelesen wird, die die Werbung überhaupt nicht interessiert. Wir haben im Bereich der Mitarbeitergewinnung Anzeigenschaltung in Printmedien, Online-Medien, in verschiedenen Ausgaben gemacht und durchweg schlechte Erfolge dabei gehabt. Die ANM hat uns im Rahmen einer Neukundengewinnung proaktiv angesprochen. Uns wurde das Konzept am Telefon vorgestellt und wir waren überrascht, dass es möglich sein soll, so einfach neue Kunden zu gewinnen oder auch neue Mitarbeiter zu finden. Wir hatten schon etliche Erfahrungen in dem Bereich sammeln dürfen und aus unserer Sicht ist es nicht so einfach, diese Aufgaben zu erfüllen. Das Gespräch mit dem Berater war insgesamt sehr angenehm. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass man uns etwas aufschwatzen möchte oder dass wir etwas abschließen müssen. Es wurde wirklich erstmal der Ist-Zustand von unserem Unternehmen analysiert, uns wurden die Möglichkeiten präsentiert und wir hatten dann die freie Entscheidung zu sagen, ob wir mit denen zusammenarbeiten möchten oder nicht. Die Zusammenarbeit mit der ANM haben wir als sehr professionell wahrgenommen. Es wird sich an jede Terminabsprache mit uns gehalten, es wird auf jedes Bedürfnis von uns eingegangen und alle Probleme, die wir haben, werden ernsthaft angegangen und gelöst. Wir sind insgesamt sehr zufrieden, weil auch auf kleine Änderungswünsche oder Anpassungen unsererseits immer sofort eingegangen wird und geschaut wird, wie man das Ziel führend lösen kann. Einer der Einwände mit der ANM zusammenzuarbeiten war der Kostenfaktor. Wir waren am Anfang sehr skeptisch, ob das auch für unsere Produkte und Dienstleistungen umzusetzen ist und der wesentlichere Teil, ob die Strategien überhaupt für unsere Produkte und Dienstleistungen greifen, funktioniert das? Ist das ein gutes Investment, was wir eingehen oder ist das letztendlich auch nur eine Investition, die sich letztendlich nicht auszahlt? Wir haben die Dienstleistungen in Anspruch genommen, da wir mit den bewährten Methoden wenig Erfolg hatten. Bei den üblichen Printmedien zum Beispiel, dort hat man immer sehr große Streuverluste. Das wird durch die ANM wirklich auf ein Minimum reduziert. Die Kampagnen sind zielgenau auf unsere Kundschaft ausgerichtet, sodass wir bei den Verkaufsgesprächen eine deutlich höhere Abschlussquote erzielen könnten. Wir bekommen deutlich mehr qualifizierte Anfragen für unsere Produkte und wir haben die Strukturen in unserem Unternehmen deutlich verbessert und viele Strukturen ganz neu eingeführt. Außerdem können wir durch die zügige Mitarbeitergewinnung deutlich mehr Aufträge generieren und auch zügige abwickeln, was letzten Endes zu deutlich mehr Umsatz führt. Am meisten überrascht hat mich von der Dienstleistung, dass es so einfach ist. Man wird komplett professionell betreut, man hat sehr wenig Arbeit. Wir mussten uns so gut wie um nichts kümmern. Wir konnten die Methoden sehr schnell in unserem Unternehmen einführen, was zu sehr schnellem Erfolg geführt hat. Durch die qualifizierten Kundenanfragen der ANM konnten wir unseren Umsatz und somit auch unseren Gewinn deutlich steigern. Weil man mit seinen Marketingkampagnen keine messbaren Erfolge erzielt, wenn man keine Mitarbeiter, qualifizierten Mitarbeiter auf den üblichen Wegen findet, dann sollte man definitiv den Kontakt zur ANM suchen, weil einem da wirklich geholfen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.